Gemeinde, bitte tragen jetzt zusammen die Flamme hier. Und so haben wir die erste Kerze gezündet, dann bitten wir alle verehrten Vertreter, bitte wieder die Bühne freizumachen, damit wir Familie El-Jakim einladen können. Alle Vertreter bitte runtergehen, man kann die Fakul dann abgeben. Und mit dieser Flamme müsste ich jetzt einladen, Ken und Or El-Jakim auf die Bühne, wo wir andenken werden allen Opfern und zeigen unsere Zusammenhalt und Solidarität mit allen Opfern, und wir werden hier stehen und sagen, Dahlia El-Jakim, und sagen, dass wir die Rami Eberhahm von Ravka El-Jakim haben, dass er eine gute Zeit und gute Zeit ist. Jetzt Sie noch gut. Vielen Dank. Oral Yaqim wird gehörd zu zünden die erste Kerze. Er wird mit Rabbiner Segal steigen auf den Korb. Und während die Zeit, wenn sie nach oben gehen, werden wir einen kurzen 60 Sekunden Film sehen über der Lubavitcher Rebbe. Es war seine Initiative, die Leuchte zu zünden und weiterhin Licht in die Welt.